Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir konjugieren jetzt das starke Verb Wissen. Dieses Verb springt also sehr aus der Reihe. Es ist total unregelmäßig. Also Wissen, ich konjugiere den Singular, ich weiß keine Endung, du weißt, er, sie, es weiß keine Endung. Und achten Sie bitte auch auf das Sz, auf das scharfe S. Jetzt im Plural. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Die Höflichkeitsform, sie wissen. Als Beispiel, Sie kennen den bekannten Satz, den berühmten Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020